Hallo und herzlich willkommen liebe Minecrafter zu meinem allerersten Minecraft Let's Play und wir starten gleich einmal mit einem Kaltstart, in dem wir eine ganz neue Map erstellen. Die nenne ich jetzt einfach mal Matas LP. Game Mode spielen wir im Survival. Und ja, dann lassen wir es mal krachen hier. Ich bin ja mal gespannt, wo wir rauskommen werden. Und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Jubiläum. Tja, heute vor fünf Jahren kam diese erste Minecraft-Folge auf der Spielwiese. Mein allererstes LP. Und deswegen möchte ich heute mal mit euch ein kleines, besonderes Video dazu machen. Wir gucken uns einfach diese Folge zusammen an. Ich pausiere ab und zu und erzähle irgendwas dazu. Ich habe keine Ahnung, wo uns das hinführt. Ich kenne die Folge nämlich selber nicht mehr so wirklich. Und vielleicht komme ich ja ins Schwadronieren, was so alles passiert ist in der Zeit und wie ich das so empfunden habe und so weiter und so fort. Und ja, lange Rede kurzer Sinn. Ich werde jetzt einfach das Video weiterlaufen lassen und wir gucken ein bisschen weiter. Seit das Terrain so schön abwechslungsreich ist, weiß man ja nie, was man bekommt, wenn man eine neue Map generiert. Aber das sieht doch schon mal ganz gut aus. Saftiges Grün lächelt uns entgegen. Ja, toll. Ja, und während ich jetzt hier schon mal ein bisschen Holz hacke, kann ich ja so ein kleines bisschen was erzählen zu meinen Ambitionen. Also ich hatte ja schon mal ein Minecraft-Let's-Show aufgenommen, das war genau gestern. Und da habe ich schon ein bisschen erzählt, was ich vorhabe. Also ich habe halt einfach Lust, tierisch Lust, ein Minecraft-Let's-Play zu starten, was eben auch die Community extrem mit einbezieht. Ja, und an der Stelle muss ich einmal ganz kurz sagen, also das habe ich mir von Gronkh damals abgeguckt. Dem Voraus, das habe ich, weiß nicht, ob ich das noch erzähle im LP, aber dem Voraus ging halt, dass ich das Minecraft-LP von Gronkh Ende 2011 ziemlich viel geguckt habe. Ich glaube, das war gerade bei Folge 300 irgendwas, ich weiß es nicht mehr. Und im Prinzip habe ich halt gedacht, boah, was der da macht, ist irgendwie total cool. Und vielleicht, wenn ich das auch mache, vielleicht ist da ja jemand, der meinem Gequatsche zuhören würde. Ich war einfach nur total neugierig, wie die Leute auf mich und meine Videos reagieren würden. Das war meine Motivation irgendwie, ob da wirklich Leute sich das dann angucken. Und ich bin dann natürlich, wie ich so bin, total ambitioniert rangegangen. Ja, ich habe erstmal meine ganzen Pläne ausgebreitet, was ich so vorhabe und so weiter und so fort. Und das ist so niedlich. Vor allen Dingen dieses, ich habe tierisch Lust, jetzt ein LP aufzunehmen. Das klingt total demotiviert, aber das war es überhaupt nicht. Ich war einfach nur total aufgeregt und wusste nicht, wie man mit der Stimme umgeht, dass das halt halbwegs ambitioniert klingt, weil ich noch nie einfach so, ohne dass man mich sieht, in ein Mikro reingesprochen habe. Und dadurch klingt das total monoton und unmotiviert und das finde ich irgendwie im Nachhinein mega witzig. Am Anfang, als ich dann so ein Jahr lang das gemacht hatte und ein bisschen mehr Erfahrung hatte, war mir das dann total peinlich. Ich habe so gedacht, oh nein, die Anfänge sind ja total schlimm. Heute sitze ich hier und finde das einfach nur super interessant und cool, mir das nochmal mit euch zusammen anzugucken. Ich hoffe, ihr habt da auch Spaß dran. Und das mit dem saftigen Grün fand ich gerade auch lustig, weil ich habe ja ein Texture-Pack benutzt, ein HD-Texture-Pack, was irgendwie, naja, sehr comichaft aussieht, gefällt mir bis heute übrigens sehr gut. Ich mag so klare und unkomplizierte Strukturen, also dieser Comic-Stil, das mag ich einfach. Und ja, deswegen sieht das halt alles irgendwie sehr glatt aus und sehr, wie soll ich sagen, sehr gesmoothed. Und das finde ich irgendwie cool. Schade, dass es das Texture-Pack heute, glaube ich, gar nicht mehr wirklich gibt. Aber wir legen weiter los und hören uns an, was die Matta vor fünf Jahren am 29.12.2011 noch zu sagen hatte. Die natürlich sich erstmal aufbauen muss und bisher nicht existent ist. Aber ich hoffe einfach total, dass die Leute vielleicht Lust haben, meine Let's Plays zu schauen und ich hier nicht alle komplett langweile mit meinem Gelaber. Ja, das hoffe ich natürlich bis heute. Ich bin mir übrigens gar nicht sicher. Ich weiß von mindestens einem, dass er so ziemlich seit Anfang an dabei ist, der gute Teduva, der auch heute mich immer noch fleißig in den Streams besucht und kommentiert. Von den anderen weiß ich es gar nicht, wer noch so von Anfang an noch dabei ist. Vielleicht, wenn jemand jetzt hier zuschaut, der sich an diese Folge oder zumindest an ein paar späteren noch erinnert, kann er sich ja mal melden. Würde mich total interessieren, ob da noch Leute dabei sind von damals. Und ja, das mit dem Community einbeziehen und so, das, wie gesagt, das ist halt von Gronkh, weil er hat das ja am Anfang auch gemacht bei seinem LP und hat dann immer, ja, wie wollen wir es denn machen? Erzählt doch mal, was habt ihr so für eine Meinung? Hat natürlich bei mir nicht so gut funktioniert, weil ich nicht so viele Zuschauer hatte. Aber naja, das zum Thema Ambitionen. Und vielleicht auch ein paar Abonnenten bekomme, die dann regelmäßig meine Folgen schauen. Und ich habe dann eben vor, alle sehr, sehr stark mit einzubeziehen, indem ich eben Umfragen starte und diverse Themenvorschläge annehme, über die ich dann sprechen kann, während vielleicht nicht ganz so spannende Spielstellen hier mal sind, wenn ich zum Beispiel einfach nur stumpf irgendwie gerade Holz hacke. Stumpf Holz hacken, das ist auch wieder sowas, ne? Ich kriege es immer hin, ich kriege es immer hin. Gestern auch bei Subnautica wieder, ne? Ja, ich finde es ja cool, dass die Leute halt mit dem Spiel so ins kalte Wasser werfen und stumm vollzacken. Ich habe da irgendwie ein Talent für, da die passenden Wörter zu benutzen. Aber was ich noch sagen wollte, was auffällt, oben und unten ist ein schwarzer Rand. Das liegt ein bisschen daran, dass ich das irgendwie nicht hingekriegt habe, das Fenster in der richtigen Auflösung zu haben. Abgesehen davon war es sowieso irgendwie alles total schwierig, weil ich damals noch einen iMac hatte. Ich habe auf einem iMac aufgenommen, hatte da die glorreiche Idee gehabt, kurz bevor ich angefangen habe mit dem LP, mir einen iMac zu kaufen, auf Raten. Und das war irgendwie ziemlich blöd, weil ich da noch nicht dachte, dass ich wieder zum Gaming zurückfinde und zum Aufnehmen von Games. Und das war dann halt eine ziemlich blöde Wahl im Nachhinein, weil ich so dachte, ja, ich bin jetzt hier voll der Medieninformatik- und Gestaltungsstudent und ich kann ja wohl einen iMac haben. Naja, das hat irgendwie nicht so ganz gepasst. Ich habe mir dann ja auch ein Jahr später wieder einen Windows-PC geholt und habe den anderen verkauft. Aber daran erinnere ich mich noch, wie viele Probleme ich damit hatte, dass ich am iMac aufgenommen habe. Minecraft war halt nicht ganz so kompliziert, aber ich glaube, ich hatte da auch schon eine Windows-Installation auf dem iMac. Das nur noch so nebenbei, das war irgendwie auch ziemlich blöd. Die Aufnahme ist übrigens nur 720p gewesen. Ich hatte nämlich eine Holz-Internet-Leitung. Ganz schlimm. Ich hatte damals eine 6000er-Leitung. Ich meine, im Jahr 2012 war das jetzt noch relativ normal, glaube ich. Aber es war halt trotzdem sehr, sehr, sehr hinderlich zum Hochladen, weil ich wollte ja auch gute Qualität haben. Die ersten Folgen habe ich übrigens mit dem Windows Movie Maker geschnitten. Man stellt sich das mal vor. Und ja, das hat halt immer ziemlich lange gedauert, die Sachen hochzuladen. Vor allen Dingen, wenn es kein Minecraft war. Und das hat irgendwie auch zu einigen Problemen geführt, dass ich dann irgendwie meine ambitionierten Upload-Plane nicht einhalten konnte und so. Weil ich ja irgendwie drei, vier Folgen am Tag insgesamt verschiedener Projekte immer hochgeladen habe. Und das hat alles nicht so gut funktioniert, wie ich das gerne wollte, weil ein Video hochzuladen teilweise dann irgendwie acht Stunden gedauert hat. Weil das ja auch unbedingt irgendwie in einer total genialen Qualität sein musste. Aber das ist dann alles erst später entstanden. Ich mache mal weiter. Ewig oder so. Weil wir wollen ja auch viel bauen und dafür braucht man eben die Rohstoffe. Und das ist dann manchmal vielleicht ein bisschen monoton, wenn ich hier einfach nur vor mich hinhacke und Kohle, Kohle, Kohle singe. Ich kann das eben leider nicht so gut wie Gronkh. Und deswegen würde ich vorschlagen, dass ich dann einfach ein bisschen was erzähle. Kohle, 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 Schuptidu. Ihr könnt dann eben Vorschläge machen, was ich erzähle. Und ja, das ist einfach so mal so eine Idee von mir, wie man das angehen könnte. Man bietet meine Unsicherheit an. Ich spiele jetzt schon seit Anfang der Beta-Minecraft immer mal wieder. Habe ich reingeschaut, auch um mir die neuen Features anzusehen. Und da jetzt Minecraft ja wirklich in der Final-Version, wird es ja nie geben, aber in der 1.0-Version endlich released wurde. Und ja doch nochmal jede Menge spannende neue Features dazu gekommen sind. Ja, wollte ich einfach mal wieder anfangen zu spielen. Tue das jetzt auch schon etwas länger, eben seit diesem 1.0-Release. Und habe eben auch eine andere Map schon gestartet, auf der ich sehr viel gebaut habe auch schon. Und das auch schon in einem Let's Show gezeigt habe. Kriegst einen Keks. Ich habe echt, weiß ich nicht, ziemlich viel um den heißen Brei rumgeredet damals. Ich glaube, das würde ich heute auch nicht mehr so machen. Vor allem, ich habe auch sehr langsam geredet und irgendwie mich sehr wiederholt, fällt mir gerade so auf. Aber gut, das ist wohl normal. Und ich weiß nicht, wie lange ich jetzt schon Minecraft spiele. Das erinnert mich so ein bisschen an die Kinder, mit denen ich immer zusammen arbeite. Ich bin ja nebenbei so ein bisschen als Honorarkraft tätig in der Jugendbetreuung und habe immer mal so Kinder, mit denen ich dann zusammen was aufnehme. Und wenn die Minecraft spielen und ich dann sage, hier, wenn du Let's Playen willst, also ich zeige denen dann so ein bisschen, wie Let's Playen funktioniert. Wenn du Let's Playen willst, dann erzähl doch mal was über dich. Und dann fangen sie halt auch an. Ja, ich spiele jetzt Minecraft seit so und so lange und es ist irgendwie genauso wie das, was ich da gerade mache. Nur, dass ich damals 22 war. 21. 21 war. Nun, was sagt das über mich aus? Ich weiß es nicht. Wir gucken weiter. Und jetzt möchte ich einfach nochmal so ein Nullstart anfangen, wo ich einfach von Grund auf alles kommentiere und aufbaue und euch da quasi hoffentlich ein sehr spannendes und unterhaltsames Let's Play biete. Ich tue mein Bestes. Bin natürlich auch immer sehr offen für neue Ideen und auch Feedback. Falls das Ganze jetzt hier am Anfang noch ein bisschen holprig sein sollte, da entschuldige ich mich jetzt schon mal für, aber ich bin irgendwie ein bisschen aufgeregt und weiß auch vielleicht manchmal nicht so richtig, was ich da gerade labere. Verhaspel mich, keine Ahnung, kann alles vorkommen, da bitte ich euch um Verzeihung. Das wird aber im Laufe der Zeit auf jeden Fall besser, das verspreche ich euch. Ja, okay. So schlimm war es jetzt auch nicht, wie ich es jetzt hingestellt habe, aber es war halt schon anders, als ich es heute machen würde. Vor allem diese mega lange Introduction, was ich alles vorhabe. Sowas würde ich heute, glaube ich, nicht mehr machen. Wobei ich immer noch manchmal dazu neige. Das Mikro, mit dem ich aufgenommen habe, war übrigens mein treues Logitech G35, das ich heute immer noch habe, das Headset. Das habe ich mir auch von Gronkh abgeguckt, der hat das nämlich damals auch benutzt. Und ich habe das immer noch in Benutzung, ist immer noch ein cooles Headset. Das Mikrofon ist inzwischen leider nicht mehr ganz so gut. Aber es war wirklich damals so eine ziemlich, also es war keine kostengünstige Lösung, definitiv nicht, aber es war halt eine schöne Allround-Lösung. Und es klingt etwas flach, etwas wie aus dem Radio, aber es ist halt trotzdem besser, als wenn ich jetzt so ein 5-Euro-Mikro genommen hätte. Wobei es ja auch Leute gibt, die das gefeiert hätten. Ich hatte halt so einen Kommentar bekommen, so, ja, ich finde das ja nicht so gut, dass du mit so einer guten Qualität startest, weil dann hast du ja gar keine Luft mehr nach oben. Ich denke mir so, was ist das für eine Logik? Ja, so einen Kommentar habe ich damals bekommen. Weiß ich noch. Generell habe ich echt am Anfang relativ viel Feedback bekommen. Liegt vielleicht daran, dass ich die ersten Let's Show-Folgen und das erste Let's Play auch im Minecraft-Forum damals vorgestellt habe. Im Let's Play-Forum war ich dann auch eine Zeit lang aktiv und habe das alles immer schön angepriesen. Und dann kamen auch schon die ersten Leute. Dann habe ich auch Kontakt aufgenommen mit anderen Let's Playern, vor allem mit Elori und der Motoko hatte ich dann damals Kontakt. Und da hat sich das alles so ein bisschen, da haben sich die Communities alles so ein bisschen vermischt. Und ich muss sagen, ich bin am Anfang, ich glaube, ich hatte damals so die nach den ersten 20, 30 Minecraft-Folgen, hatte ich genauso viele Aufrufe wie heute. Da hat sich bis heute nicht so viel geändert. Und ich muss sagen, es war wirklich eine sehr interessante Zeit, aber dazu gleich mehr. Hm, ja. Gut, ich habe jetzt ein bisschen Holz gehackt und wollte mir jetzt eigentlich mal so eine Stelle suchen, wo ich anfangen könnte, eine Unterkunft zu bauen. Denn es wird ja jetzt auch demnächst dunkel werden. Es dauert ja in Minecraft wirklich nicht lange. Nee. Dann ist es dunkel. Und dann werden hier schon die ersten Monster rauskommen und mir den Hintern beißen wollen. Und da habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf und will mir lieber gleich eine Stelle suchen, wo ich Unterschlupf finde. Da hinten sind Pumpkins. Yay. Ähm. Total selten. Oh, das sieht ja interessant aus hier. Meine Güte. Total gestellt. Tolle Schlucht hier. So toll sieht es jetzt auch nicht aus. Nur irgendwie so richtig was zum Unterschlupf bauen habe ich jetzt hier trotzdem noch nicht gefunden. Bin ich noch nicht so ganz zufrieden mit. Ja, Mensch. Da muss ich noch ein bisschen weitersuchen. Ähm. Ja, Leute. Also ich habe euch ja eben schon erzählt, wie ich mir das so vorstelle. Bitte nicht nochmal. Dass ich halt alle irgendwie mit einbeziehen möchte und, ähm, dass das halt einfach so eine interaktive Geschichte wird. Dass ich halt auch viel baue, was ihr euch vorstellt vielleicht. Und, äh, dass ich, dass ihr einfach das Gefühl habt, dass ihr eure Kommentare irgendwie nicht umsonst sind. Und ich werde auch mich auf jeden Fall bemühen, alle eure Kommentare zu lesen und zu beantworten. Falls ihr Fragen oder Anregungen oder Kritik habt, ähm, möchte ich da auf jeden Fall drüber nachdenken. Ein riesiger Steinberg. Das habe ich ja auch noch nicht so gesehen. Interessant. Hm. Viele Bäume gibt es hier ja gerade nicht. Wie ich halt akribisch alles kommentiere, was ich sehe, merke ich auch, daran merke ich auch, dass ich damals noch nicht so wirklich wusste, was ich sagen soll. Und das war halt irgendwie meine größte, meine größte Sorge. Dass ich da stehe und nicht weiß, worüber ich reden soll. Dass dann nämlich so ein Konzert aus so und hm und ja und sowas entsteht, dass ich im Prinzip gar nicht so richtig weiß, was ich da kommentieren soll. Das hat sich allerdings relativ schnell ganz natürlich angefühlt. Das war nie so wirklich das Problem. Und ich habe auch mal die Frage bekommen, wie das eigentlich war am Anfang, mit sich selber zu reden, äh, in das Mikro reinzusprechen und zu wissen, jetzt hört gerade keiner zu und man redet nur mit sich selbst und erst später hören die Leute dann zu. Da muss ich sagen, das war auch eigentlich kein Problem für mich, weil ich bin sowieso ein Mensch, der viel mit sich selbst indirekt spricht. Damit meine ich jetzt nicht, dass ich den ganzen Tag Selbstgespräche führe, sondern ich habe halt auch sehr lange sehr ausführlich Tagebuch geführt. Und ich habe da in schriftlicher Form mit mir selbst gesprochen und habe im Prinzip immer schon, ja, so ein Selbstgespräch und Monologe gehabt, die ich gerne geführt habe, die mir einfach Spaß gemacht haben. Wo ich dann tatsächlich auch zu neuen Gedanken und Ideen kam. Und deswegen war das Let's Plane für mich eigentlich auch von Anfang an relativ natürlich. Und vielleicht ist das auch unter anderem einer der Gründe, warum ich bis heute das Hobby fortführe. Weil es irgendwie meine natürliche Umgebung ist. Keine Ahnung. Ähm, weitergucken. Und dann wird das sicherlich eine tolle Sache werden. Und dann, vorausgesetzt natürlich, ich finde ein paar Leute, die ich nicht zur Tode langweile und die gerne dranbleiben möchten. Gut, also ich, ja, soll ich jetzt, möchte ich mir jetzt so einen, in den Stein so einen Unterschlupf reinhauen oder brauche ich mir hier so eine Dirt-Hütte einfach? Dirt. Ich glaube, ich mache es mir erstmal einfach und brauche mir so eine Hütte, so eine kleine Höhle hier in den Stein rein. Das sieht ja wirklich interessant aus. Mhm. Ja, schöner Seed auf jeden Fall. Mh, ja. Gut. Also hier haben wir so eine kleine Höhle. Da könnte ich mal schauen. Hm. Das eignet sich jetzt auch nicht so perfekt. Ja, da war ich mir irgendwie nicht so wirklich sicher, was ich jetzt machen will. Da hat dann irgendwie doch so ein bisschen der Plan und die Erfahrung gefehlt. Mit dem Spiel vor allem. Ich habe zwar erzählt, dass ich jetzt seit längerem Minecraft wieder spiele, aber in Wahrheit habe ich es nicht so viel gespielt, gerade im Survival-Mode nicht so viel gespielt, wie es hätte sein können. Also ich war im Prinzip ziemlich unerfahren mit diesem Spielmodus. Und entsprechend war dann mein Plan relativ, ja, chaotisch, dass ich irgendwie dachte, was machst du denn jetzt eigentlich? Hm. Und ich wollte ja auch irgendwie einen coolen Start haben, irgendwas Interessantes bauen und dann ist mir wieder mein eigener Ehrgeiz dazwischen gegrätscht und dann war ich ein bisschen überfordert mit dem Anfang. Wie setze ich meinen ersten Stein? Der ist ja so entscheidend. Eigentlich nicht. Aber, naja, manchmal überinterpretiert man das irgendwie. Hier ist aber schon mal ein bisschen Eisen. Hm, da höre ich schon spinnen. Vielleicht ist das gar nicht so eine gute Idee, hier jetzt einfach in irgendeine Höhle reinzuklettern und vielleicht schon zu beginn, elendig zu sterben. Das wäre mir ein wenig peinlich. Mhm. Das ist der Ehrgeiz. Ich irre hier noch ein bisschen weiter doof in der Gegend rum und, äh, ja, dann war es das auch schon mit dem Let's Play. Ich meine, ich habe ja jetzt, äh, auch total viel erzählt und erlebt schon und, äh, ich denke mal, das kann man so lassen. Das kann man dann einfach abschließen. Matas erster Witz in ihrem ersten LP. Oh Gott, sehr holprig. Aber, äh, trotzdem, naja, typisch wieder für mich so dieser, dieser trockene Humor da. Aber, ja, da merkt man, dass ich versuche, ein bisschen aufzutauen. Äh, das war ja bisher wirklich, äh, alles sehr ernst. Äh, das ist ja eigentlich gar nicht so meins, mein Stil heute mehr. Mein Stil habe ich generell sehr oft gewechselt damals. Ich wusste irgendwie nicht so richtig, wer ich bin und wer ich sein will auf YouTube. Und hab dann irgendwie zwischendurch war ich dann sehr locker und hab auch viele so saloppe Wörter und so Schimpfwörter benutzt. Und war, äh, sehr, ja, einfach ich selbst, sag ich mal. Und dann wieder hatte ich irgendwie so eine total seriöse Phase, wo ich dann unbedingt, äh, super, ähm, ja, Stock im Arsch mäßig da korrekt kommentieren wollte. Damit ich bloß nicht die Leute abschrecke, die es nicht mögen, wenn ich mich undamenhaft verhalte und solche Sachen. Und dann hatte ich ja auch immer noch das Problem, dass ich irgendwie gerne allen beweisen wollte, dass ich gut spiele, weil ich eine Frau bin. Und es ja immer so Vorurteile gegenüber Frauen gab. Alles so Sachen, über die ich heute überhaupt nicht mehr nachdenke, weil es mir einfach scheißegal ist, was andere denken. Damals, äh, man hat mir meine Jugend, sag ich mal, ich mein, ich bin jetzt auch noch jung, aber damals, äh, mit meinen 21 Jahren hat man mir jetzt doch noch mehr angemerkt, dass ich einfach nicht so richtig sicher war in dem, was ich da mache und was ich eigentlich, wie ich das machen will. Und deswegen, das fällt mir sehr auf, wenn ich diese alten Sachen gucke. Und das fällt mir auch alles wieder ein, weil ich ja doch ein sehr selbstreflexiver Mensch bin, hab ich da viele Erinnerungen dran, was ich alles immer ändern wollte und was ich dann umgeschmissen habe. Und, äh, das wisst, merkt ihr vielleicht dann teilweise gar nicht. Oder habt ihr gar nicht gemerkt, was da so in meinem Kopf, im Hintergrund ablief. Das wollte ich auch noch mal kurz erzählen. Nein, natürlich nicht. Ich möchte eigentlich jetzt gerne einfach mal hier eine Stelle finden, wo ich mich niederlassen kann. Ja, dann du es. Ich bin ein bisschen wählerisch. Ich gebe das ja zu. Vielleicht hier auf dieser Insel. Ja, und dann dachte ich so, du kannst jetzt auch nicht stundenlang da rumrennen, ne? Ja, liebe Leute, sobald ich einen Plan habe, wo ich anfange, kann ich dann auch gerne noch ein bisschen mehr erzählen. Ich will euch ja hier nicht nerven. Oder langweilen. Ähm, gut. Das habe ich jetzt schon dreimal gesagt. Dann wollen wir mal einfach jetzt, ich sage jetzt einfach mal, ich baue mir hier so eine Dreckhütte hin. Ja. Das ist doch ein Wort. So. Hier, das ist doch, das ist doch ein schickes Plätzchen. Mhm. Dann wollen wir mal, dann baue ich mir eine Crafting Table. Und fange mal an. Mit vielleicht einer Kiste. Ich weiß nicht, wie peinlich es gewesen wäre, wenn ich jetzt die Rezepte nicht kenne. Upsala, was habe ich jetzt gemacht? Diese, ich weiß auch nicht, ist das jetzt ein Vorfüll-Effekt oder was ist hier los? Ähm, gut. Dann wollen wir erstmal, ja, was baue ich jetzt? Holzschaufel. Die Musik, die ich gewählt habe, ist echt cool. Dann wollen wir erstmal Schaufeln bauen. So im Nachhinein. Ich hier vielleicht ein bisschen Dirt abbauen kann und mir einfach erstmal so eine, so eine... Vier, fünf Schaufeln. ...übergangsweise Unterkunft bauen kann. Sieben Schaufeln. Ups. Was ist dein Ernst? Dass ich hier nicht gleich schon die erste Nacht verrecke, das wäre etwas ärgerlich. Ja, baue ich die jetzt in den Boden rein oder baue ich hier so... Baue ich mir ein bisschen Dreck ab? Ich glaube, ich nehme hier einfach mal so ein bisschen was weg. So ein bisschen unauffälliger. Hm, sehr unauffällig. Ja. Ähm, jedenfalls, ich hoffe, das wird hier eine super Sache mit den Videos. Ich mache das ja auch für mich. Ich mache das ja nicht nur, um irgendwie... Ach, natürlich. ...Abonnenten zu bekommen, sondern ich mache das, weil ich auch einfach unheimlich gerne labere. Ich rede gerne den ganzen lieben langen Tag und auch gerne über mich und über meine Ideen und über meine Überzeugungen und so weiter und habe damit auch schon viele Leute genervt und dachte mir so, Mensch, du kannst doch deine Zockerleidenschaft mit deiner Laberleidenschaft einfach mal verbinden. Stimmt. Und auch mal so ein Let's Play aufnehmen. Ich habe mir auch schon viele Let's Plays angeschaut von anderen Leuten und muss sagen, dass da viele dabei waren, die mich nicht so überzeugt haben, weil die einfach entweder also schon mal so rein optisch oder audiotechnisch schlecht umgesetzt waren. Da war irgendwie die Stimme total undeutlich aufgrund von schlechten Mikrofonen oder die Musik war viel zu laut und nervig und aufdringlich. Oh ja. Oder der Mensch, der da hinter dem PC sitzt, wirkt irgendwie total gelangweilt und unmotiviert. Ich meine, das ist ja, jeder hat ja so seinen eigenen Redestil. Oh, was ist das? Lehm. Das ist Lehm. Das können wir gleich mal mit abbauen. Dass ich da direkt so drüber reflektiere? Wenn man, gut, wenn man jetzt, ich kann mich halt auch selber so schlecht einschätzen. Ich habe mir jetzt schon meine probeweise Let's Show mal aufmerksam angehört selber und habe eigentlich jetzt nicht das Gefühl, dass ich furchtbar monoton oder langweilig rede. Nein, überhaupt nicht. Aber letzten Endes müssen das natürlich die Zuschauer entscheiden, ob sie das weitergucken möchten oder nicht. Es wird schon dunkel. Oh, oh, jetzt muss ich mich beeilen. Ihr müsst halt wissen, dass das Let's Show, also das sind drei Folgen, die hier davor kamen am 28.12.2011. Und ich habe das jetzt nicht als erstes Video genommen, weil ich dachte, hey, nimmst du doch lieber die erste Let's Play-Folge, ist irgendwie cooler als dieses Let's Show da. Und das war mega monoton, wie ich da gesprochen habe. Also im Vergleich zu heute, wo ich halt wirklich einfach viel mehr Gewicht in die Stimme lege. Damals habe ich halt da gesessen und ja, hallo, jetzt zeige ich euch mal, wie meine Map aussieht. Halt so richtig immer auf einer Ebene geblieben mit der Stimme. Und deswegen finde ich das gerade voll witzig, dass ich sage, dass mir das nicht aufgefallen ist. Aber so ist das eben. Wenn man sich selber hört, dann kriegt man das auch nicht so mit. Und ich habe dann auch ab und zu Feedback bekommen von einer Kollegin damals, die gesagt hat, ja, du klingst immer noch so einschläfernd. Und ich mir so dachte, aber was soll ich dagegen tun? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Weil ich halt einfach damals dieses Overacting, das, oder was heißt Overacting, ist es ja nicht, ganz normales Reden halt, nicht so gut drauf hatte. Dass ich einfach so, so mit der Stimme noch nicht so spielen konnte, weil ich sie nicht einschätzen konnte. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich da ein bisschen hilflos damals, was ich da machen soll. Das hat sich aber von ganz alleine entwickelt. Also ich habe da gar nicht viel machen müssen, gar nicht viel Gewalt anwenden müssen. Das hat sich über die Zeit ganz von selbst verbessert. Und das ist irgendwie cool, das nochmal so Revue passieren zu lassen, dass man sich am Anfang irgendwie so voll die Gedanken gemacht hat und, ah, das muss alles passen, alles stimmen. Und ich glaube gar nicht, wie lange ich an der Abmischung von Musik und meiner Stimme und Gamesound rumgeprokelt habe, bis das so gepasst hat, wie ich das haben wollte. Da bin ich ja bis heute paranoid. Und im Endeffekt hat sich alles durch Routine und Erfahrung, ist alles gut geworden. Es hat sich alles so entwickelt, wie ich heute damit zufrieden bin. Und das ist irgendwie cool. Also daran zeigt sich einfach, was Erfahrung eigentlich bringt. Ich meine, ich habe jetzt fünf Jahre lang das gemacht, immer wieder. Und ich kann nur sagen, es hat mir halt auch im echten Leben geholfen. Das habe ich auch schon öfter angesprochen, das Thema, dass ich Vorträge und so Situationen, wo ich vor mehreren Menschen über irgendein Thema reden muss, einfach so viel souveräner inzwischen meistern kann. Weil ich mir einfach vorstelle, dass das meine Let's Play Zuschauer sind. Ganz simpler psychologischer Trick. Und ich mir so denke, die können mir ja nichts. Die rennen ja jetzt nicht auf mich zu und springen mit dem Arsch in mein Gesicht. Sondern das ist ja im Prinzip, hören die mir zu oder sie lassen es halt bleiben. Aber was Schlimmeres passiert nicht. Und je interessanter und fesselnder ich spreche, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass sie zuhören. Und ja, ich weiß nicht, ich habe einfach so viele positive Erfahrungen durch meine Let's Plays gemacht und habe so viele tolle neue Leute kennengelernt, dass ich einfach nur froh bin, dass ich damals dieses Video hochgeladen habe und dass ich dabei geblieben bin. Ein Bett habe ich mir auch noch nicht gebaut. Mensch, was ist denn hier los? Heute Nacht werde ich wohl doch noch sterben. Wir waren doch vorhin noch irgendwo Schafe. Ach, da hinten. Und ja, also jedenfalls, wo war ich jetzt? Vergessen? Mist. Paden verloren. Passiert mir heute auch nicht mehr. Nicht mehr so oft. Ich glaube, ich war bei Schafensbänken. Andere Let's Plays und so. Warum haue ich dieses Schaf? Was bringt das? Jedenfalls möchte ich das besser machen. Lauf doch nicht weg. Du doofes Schaf. Und fände es halt super. Äh, wenn, wenn, wenn ich irgendetwas grundlegend falsch mache in euren Augen, was einfach überhaupt nicht geht. Oder halt, wenn er jetzt sagt, ach nee, ich habe eigentlich gar keine Lust, den Kanal zu abonnieren. Mir gefällt das eigentlich gar nicht. Dann fände ich es echt mega super, wenn ihr in die Kommentare schreiben würdet, warum. Also weshalb ihr keine Lust habt, das weiterzugucken. Ich gucke ja im 13-jährigen Kiddy zu. Was euch auf den ersten Blick schon so einfällt. Dieses Schaf steckt irgendwie im Baum. Warum jetzt, wenn ihr da jetzt überhaupt keine Lust drauf habt, das weiterzugucken. Mein Gott, hier gibt es viele Schafe. Das ist ja unglaublich. Finde ich jetzt überhaupt meine Stelle wieder, wo ich bauen wollte? Ich hoffe es. Also das würde mir einfach ultra helfen, es beim nächsten Mal besser zu machen. Und ich meine, man kann ja immer irgendwie meckern. Aber wenn es darum geht, konstruktive Kritik zu leisten, da haben die meisten dann schon gleich gar keinen Bock mehr. Oder sie können es einfach nicht. Ja, deswegen fände ich es halt einfach total super, wenn ihr euch dann die Zeit kurz nehmen würdet und mir halt sagen würdet, warum ihr jetzt nicht so Lust habt, das hier weiterzuschauen. Oder was ich meine, eurer Meinung nach halt besser machen könnte. Das ist so witzig. Anstatt halt einfach unterhaltend und lustig zu sein, stelle ich mich da hin. Und stelle halt gleich irgendwie so Forderungen von wegen, ja, ich will jetzt Kritik, ich will jetzt Kritik. Und das ist irgendwie schwierig, weil das machen so viele Peer am Anfang falsch, finde ich persönlich, dass sie so nach konstruktiver Kritik fragen. Wo ich mir halt denke, mach einfach das, was du für richtig hältst und dann wirst du die richtigen Leute anziehen. Und die, denen es nicht gefällt, die gehen halt weiter. Konstruktive Kritik macht halt eher Sinn, wenn es wirklich irgendwelche gravierenden Dinge sind, wie tonfalsch oder tonätzend, musikätzend, weiß ich nicht. Ja, kann man auch machen, aber vielleicht sollte man dann lieber gleich von Anfang an Musik wählen, die nicht aufdringlich ist. Oder halt solche Dinge. Aber am Kommentierstil Kritik üben, das bringt nicht viel. Weil man ist ja man selbst oder man sollte im Idealfall man selbst sein. Und wenn dann jemand kommt und einen kritisiert dafür, wie man ist, das bringt einen nicht weiter, denke ich. Und deswegen, weiß ich nicht, es war halt irgendwo, hat das halt einiges an Unterhaltungswert, den das erste Video hätte haben können, weggenommen. Dass ich da gesessen habe und im Prinzip nur darüber gesprochen habe, dass ich Feedback möchte, dass ich euch nicht langweilen möchte. Und dass ich, ja, was ich alles so mir gedacht habe, was ich vorhabe. Ich hätte, heute hätte ich einen viel, viel flotteren, lustigeren und, wie heißt das, leichtsinnigeren Einstieg gewählt. Und nicht da gleich so ein Politikum draus gemacht, so wie ich es damals gemacht habe. Das ist totales Overthinking. Aber auch das ist, glaube ich, etwas, was man erst mit der Erfahrung lernt, dann etwas zurückzustecken. Wenn man sich selber so viele Gedanken macht, das dann einfach mal auszublenden, weil der Zuschauer, den interessiert das sowieso nicht. Der möchte im Prinzip am liebsten einfach nur unterhalten werden und zuschauen. Und ich meine, klar, sich selbst reflektieren, das habe ich schon gemerkt, dass das Leute interessiert, die bei mir sind. Und dass sie hoffentlich auch interessiert, was ich hier jetzt gerade mache. Ich meine, ich mache jetzt ja gerade nichts anderes, fällt mir gerade so auf, aber es ist halt, indem ich darüber reflektiere, wie ich heute ein Let's Play anfangen würde, ist das ein cooler Blick hinter die Kulissen. Das ist halt was anderes, als das in dem Let's Play selbst so krass zu machen in der ersten Folge. Deswegen juckt es mir gerade schon wieder in den Fingern, Vergangenheitsmatter zu sagen, mach das anders. Aber hey, so wie ich es gemacht habe, hat es mich heute hierhin geführt und wahrscheinlich war es dann doch gut, so wie ich es gemacht habe. Keine Ahnung. So, die letzten zwei Minuten schauen wir uns jetzt noch an. Ja, also ich brauche jetzt ja, wie ich eben schon gesagt habe, einfach mal so eine kleine Dirt-Hütte, nichts Wildes. Ich hoffe, ich überlebe die Nacht damit. Ich habe jetzt auch schon mal Wolle gesammelt, damit ich eine Hütte bauen kann. Ähm, eine Hütte, genau. Eine Hütte aus Wolle, das wäre doch auch mal was. Nee, ähm, ich meine eigentlich ein Bett. Und, äh, dann kann ich hier nämlich die erste Nacht einfach verpennen quasi und dann schön am nächsten Morgen wieder aufstehen und alles ist super. Du hast eine Schaufel. Ja. Hm, dann lassen sich die Creeps noch etwas Zeit. Das finde ich, das finde ich echt nett. Also, du hast eine Schaufel. Ich warte, bis ich hier meine Hütte fertig gebaut habe. Also, äh, das finde ich, das, das soll wirklich von, äh, von Höflichkeit, dass ich hier nicht direkt zerfleischt werde. Ja, äh, gut, jetzt müsste ich eigentlich noch einen höher bauen, damit hier keiner, keine Skelette reinschießen können. Theoretisch könnten hier ja auch einfach Spinnen vom Baum springen. Das ist mir auch schon des Öfteren passiert. Mhm. Ähm, vielleicht sollte ich doch die Hütte mit einem Dach versehen. Sonst werde ich hier wahrscheinlich nicht ganz glücklich werden. So, dann. Das wird der Eingang. Ach, das war jetzt auch doof. Ich muss ja erstmal hier oben noch... Oh, das wird... Ich hoffe, ähm, mein Minecraft-Avatar ist nicht klaustrophobisch. Das wäre etwas... Oh, oh. So, und somit ist auch schon die erste Folge zu Ende. Man merkt, dass ich jetzt langsam ein bisschen auftaue und einfach mich aufs Kommentieren, äh, einschwinge. Und ja, das Minecraft-Let's Play war mein allererstes Let's Play, hab ich ja schon gesagt. Und dem folgte dann auch ein Community-Projekt oder beziehungsweise ein, 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 äh, wie heißt das? Cross-Promotion-Projekt. Äh, das heißt Minecraft-Let's Change. Und da hab ich dann mit anderen Let's Playern immer im, äh, im... Reihum eine Folge aufgenommen auf der gleichen Map und das dann in eine Playlist gepackt. Ich weiß allerdings überhaupt nicht, ob alle Kanäle noch existieren und so weiter. Das war eigentlich ein cooles Projekt. Da bin ich dann später mit eingestiegen und dadurch hab ich auch Leute kennengelernt. Das war echt schön. Wurde dann aber früher oder später irgendwann eingestampft, weil... Viele dann, äh, die Folge zu lange haben auf sich warten lassen und keine Zeit hatten und so weiter. Und dann auch irgendwie die Motivation weg war. Aber Minecraft war auf jeden Fall echt der Grundstein für meinen, für meinen Kanal. Leider sind's am Ende gar nicht so viele Folgen geworden, wie ich dachte. Ich glaub 50 oder 60 oder so und dann hatte ich schon nicht mehr so wirklich Lust auf das Spiel. Ich weiß gar nicht, wie sich das entwickelt hat. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir aber in der Zeit ziemlich viel geschafft haben, dass ich ziemlich viel Spaß daran hatte, frei zu reden in einem Spiel. Denn, äh, das hat danach nie wieder ein Spiel so geschafft, dass man einfach so viel Zeit zum Labern hat, ohne dass man sich konzentrieren muss. Und das war... Das hat echt in Gegenden geführt, die ich manchmal heute gerne noch hätte. Aber, ja, ich werde wahrscheinlich kein neues Minecraft-LP mehr anfangen. Mich würde jetzt im Prinzip, ähm, interessieren, wie euch dieses kleine Format, äh, heute vor fünf Jahren gefallen hat. Denn ich würde das vielleicht noch mit anderen Let's Play-Einstiegen machen. Ähm, ich hab ja dann später noch andere Sachen angefangen, zum Beispiel, ähm, Tomb Raider und Skyrim und so. Und würde dann vielleicht so ein Format hier nochmal machen. Dann eben für den Tag, wo das rauskam, die erste Folge. Und mich würde mal interessieren, was ihr so davon haltet, ob euch das gefallen hat, ob ihr das langweilig fandet, ob ihr das als würdiges Jubiläum empfindet. Ich bin ja nicht so der, der sich dann so selbst feiert, sondern ich, äh, möchte dann irgendwie, eigentlich am liebsten mich einfach ein bisschen hinsetzen, mit euch quatschen, darüber ein bisschen reflektieren. Ähm, ja, jedenfalls hat mir das sehr viel Spaß gemacht, hab ich gerade gemerkt. Mir einfach mal anzuhören, was ich damals so fabriziert hab und, äh, meine Reaktionen mitzuteilen. Und, ähm, ich freu mich auf jeden Fall sehr, dass ist, dass der Kanal heute noch existiert, dass heute noch geschaut wird, dass ihr immer noch da seid, dass seitdem viele neue Leute dazugekommen sind. Und, na klar, ohne euch und ohne eure fleißigen Views und Kommentare und Likes und so weiter, wäre das natürlich gar nicht so weit gekommen. Vielleicht hätte ich dann schon relativ bald wieder aufgehört, weil ich auf jedem Video nur zwei, drei Aufrufe hätte. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich will nicht lügen. Ohne Zuschauer macht's dann doch nicht so viel Spaß. Ähm, und möchte mich an der Stelle nochmal bedanken bei euch, dass ihr da bis heute dabei seid und, ähm, ich mach das irgendwie eigentlich viel zu selten. Deswegen mach ich's jetzt nochmal. Und ich wünsche euch weiterhin sehr, sehr viel Spaß mit meinen Videos. Bleibt mir treu. Und ich wünsche euch auch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Tschüss.